Mein Name ist Peter Giesler, ich bin Musiker und Inhaber vom Müllirad Verlag. 2002 veröffentlichte der Verlag die grösste Volksmusik-Sammlung in der Schweiz. Diese beinhaltet rund 12'000 Titel, welche die Basler Volkskundlerin Hanni Christen von den alten Tanzmusikern aufgeschrieben hatte. Nebst dem Notenteil gibt es in der Sammlung interessante Informationen und Abbildungen zu Tanzmusikern und Musikgruppen vor über 100 Jahren. Die Hanni Christensammlung ist heute für viele Musikerinnen und Musiker in der Schweiz die Inspirationsquelle für Neues geworden. Die Hanni Christen Die Hanni Christen